Hallo und willkommen zurück zu Minecraft Project Ozone 3. Und heute geben wir ein bisschen Gas. Die Folge wird eventuell nicht allzu lang. Hoffe ich folgen wir uns immer zu lange in letzter Zeit. Wir haben hier... Wir brauchen die da. Clawstone, Double Layer. Wir brauchen vier Stück davon. Das heißt acht von den Energetic Alloy Gedöns. Also manchmal komme ich mir schon irgendwie echt verarscht vor vom Spiel. Also manchmal ist es wirklich ganz grenzwertig. Gut. Ähm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schon das Richtige. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. So, ich hoffe die zwölf reichen. Ich hab's jetzt nie ausgerechnet. Hä? Ach du. Das sind verschiedene. Octetic. Wir wollen den Octetic haben. Genau. Und wir haben wieder Pulverized Coal. Okay. Sechs Stück. So, und aus diesen Double brauchen vier Stück davon. Selbst wir haben hier zu wenig. Gehen wir jetzt nochmal hin und machen hier nochmal zwei. Zwei. Okay. Zum Glück haben wir so viel grünen zu Infinity. Zwei. Das müsste sich wunderbar ausgehen. Yes. So. Das heißt, wir brauchen zwei, vier, zwei, vier, sechs, acht. Acht von denen. Und wir haben bloß zwei. Äh, vier. Da können wir zumindest mal. Zack. Wir brauchen bloß zwei. Wir brauchen noch einen Enderman. Und keine Volt Enderman. Volt. Magnet aus. Wie kriege ich hier kurzzeitig Strom rein? Was haben wir hier an Strom überhaupt drin? Oh. Ein Giga RF. Oh, gut. Weil man uns natürlich ein bisschen laden lässt, ne? Dann läuft die Sache. Kick mal. Nein, das ist kein Enderman. Enderman. Ein Enderman. Das ist ein Ghoulhead. Dann machen wir hier nochmal kurz Ratzebots. Dann können wir zumindest schon mal einen herstellen. Okay. Send. Receive. Okay. Äh. Deep. Dark. Available. Bau. Das ist der Strom. Das sind die Items. Das ist Fluid. Da brauchen wir auch wieder einen von diesen hübschen Dingern hier. Zack. Und zack. Pull. Push. Pull. Push. Is able. Was der wahrscheinlich heute auch grad nix senden kann oder tut. Send. Deep Dark. Ich hoffe das funktioniert und so. Einandaman. Nananananananananana18. Einandamann. Ähm. Hallo. Oh, 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 oh. Ich mag trotzdem das Glas wieder haben. So bin ich happy. Und jetzt kann das hier auch wieder weitermachen. Gut. Ähm. Vibrant. Anderman. Ich finde das so süß, wie sich das dreht. Und da haben wir unseren zweiten. Und jetzt hoffen wir das Beste. Und jetzt hoffen wir das. So. Und jetzt haben wir hier keinen. Muss reichen. Anergy. Receive. Ah, ja. Deep dark. Wary. Public channel. Private channel. Deshalb ums. Ähm. Nein. Home. Du. Ähm. Send. Dark. Ähm. Deep dark. Query. So. Und. Dieser. Dieser Gerät. Oh. Jetzt geht was. Send. Receive. Hm. Ich schau mal schnell rüber. Müsstest auch entsprechend rödeln. Komm schon. Not enough power. So. Receive. Ja. Es läuft. Okay. Und es kriegt mehr als es verbraucht. Das ist gut. Ähm. Was jetzt noch interessant wäre. Der. Item. Äh. Deep. Dark. Query. Item. Kannst du noch länger schreiben, ne? Send. Ja. Ich würde nix. sagen. Aber stopp mal. Ähm. Tja. Zack. Eins. Boah. Das ist, äh. Das ist jetzt schon so eine Sache, ne? Das können wir mal da rein. Das kann auch mit rein. Das ist nichts. Ja, kommt der Enderman hat genau noch mit rein, also das kann ich gerade nicht bewegen, war ich okay. Acht Stück. Junge, ist das viel Klebeband? So, next step. Ich bräuchte eigentlich ein Bag. A chemical Bag. Wahrscheinlich sind es noch andere, noch andere. Aber nehmen wir den. So, jetzt ist die einzigste Frage, kann ich das alles mit Orma abbauen? Nice. So. Dann bauen wir den noch ab. Dann bauen wir den nochmal ab. Lived. Lived. So. Das ist noch drin. Das einzigste, was wir dann gleich noch brauchen, ist... Silver kann hier bleiben. Ist ähm... Was wollte ich jetzt sagen? Ich stehe auf dem Schlauch. Junkloader. Ah, den kennt man glaube ich sogar. Müsste man... Ähm... Junkloader, da. Yes. So, setz mal... Direkt da hin. Showlaser. Schaut gut aus. Ja. Ja. Das sollte hinhauen. Ja. Höher geht nicht. Gut. Gut. Gehen wir wieder home. So. Das einzigste, was ich jetzt machen muss, ist... auch mal... Mar... Mar... Marble. Marble. Mitrohen Marble und eine... Wand. Und die Wand haben wir sogar noch. ich hoffe das passt so dann ich glaube mir von dahinten denn die zwei sachen hier drei sachen und hier nehme ich ich hoffe dass das klappt jetzt die battery und die sauer ja dann dann jetzt da wieder rein das rein das rein klebeband rein die wand rein schön rein so es ist komplett unsortiert das ist aber wurscht zack 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 so item receive so 1 6 woran sieht man jetzt dass es klappt äh config ne receive 59 da hat das doch jetzt ein leer gesaugt oder sag doch jetzt ein leer ja 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 da sagt das leer das ist jetzt ein nicht ist das verstehe Und für den Notfall machen wir hier oben die vier hin. Und dann müssen wir doch nochmal ins Deep Dark. Wir müssen dem sagen, dass der die Sachen da pullen soll, damit er die senden kann. Und dann läuft die Sache. Wuiiii! Ähm... Cool. Genau, und das kann man auch Denta mitnehmen. So. Dann kann man nämlich einen Itemfilter, dann kann ich den wieder hernehmen. Der wird jetzt eine Weile rödeln, weil der war ja schon recht fortgeschritten. Aber der kann ja weiter rödeln. So, dann setzen wir den da hin, den da hin, den machen wir weg. Da kommt der Filter bei Extract rein und da machen wir einen Insert. Zack, 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 zack. Oh. Das wird jetzt eine ganze Weile dauern, bis da wieder anfängt hier was einzuimportieren. Was haben wir da? Mana Infused, Platin, Aquamarine, okay. Ja. So. Der kann jetzt dann doch rödeln und sie tut es nebenbei noch vollladen. so. So. Es wird Nacht. Wenn ich gerade überlegen, ob ich das vielleicht noch irgendwie hier anschließen kann. Stromtechnisch, ja auch schon. Das machen wir noch, dann ist Feierabend hier. So. Äh. Conduit. Nehmen wir einmal den. So. Der gibt in alle Richtungen ab. Das wird jetzt alles nicht schön. Das kann ich euch versichern. Aber ich kann euch versichern, dass es noch schön wird. So. Dann ist auf jeden Fall das Zeug mit Strom versorgt. BZW kriegt Strom noch hiervon mit. Und er empfängt noch nichts. Aber ich denke mal, das wird noch werden. Gut. Dann. Das machen wir noch zu. So. Dann wünsche ich euch, danke ich erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Und ja. Schaut rein. Habts noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.